Jetzt geht's los. Also ich spiele Dream On Seite 92 im Buch von Tim Richards und achte darauf, dass der Melodiebogen, dass der so ein wenig cool tut. Ich mache ein paar Noten statt und dann geht's das Karte, dann geht's das Karte, dann geht's das Karte. 1, 2, 3, 4 Mit der Horde? Amen.